Hallo, hier ist Uwe Zimmer, der Radio-Salud-Küchenchef. Heute sind wir in der Grundschule in Bliesen mit unserem Buffet und der Aktion Mundwerk Besserfrühstücken für Kinder hier im ganzen Saarland. Wir haben ein ganz tolles Buffet aufgebaut mit viel Obst, mit Gemüse und vor allen Dingen auch mit unseren Sandwichs. Und ich werde den Kindern wie immer erklären, wie man gesund frühstückt und natürlich auch Lust auf viele Sachen machen. Zum Beispiel, warum man braunes Brot besser isst als weißes Brot oder was an Radieschen so toll ist. Radieschen, die haben ja die Nitrate und die Nitrate machen so richtig fit. Und in dem Moment, wenn die Kinder dann mittags keine Lust mehr haben und die Hausaufgaben anstehen, helfen Radieschen ungemein. Das alles erkläre ich den Kindern. Wir sind heute in Bliesen in der Grundschule. Bis zum nächsten Mal. Bei mir ist Herbert Ames. Er ist Schulleiter hier in der Grundschule in Bliesen. Hallo Herr Ames. Guten Morgen. Warum ist es so wichtig, dass Kinder gesund frühstücken? Ja, es ist schon der Lateiner hat gewusst, Menzana in Coprosano. Und die gesunde Ernährung ist eigentlich die Basis dafür, dass man überhaupt etwas leisten kann, sei es in der Schule oder sei es im Beruf. Wir haben die Kinder natürlich sehr begeistert. Und wenn ihr dabei sein wollt, tragt euch auf salut.de ein. Eure Lehrer, eure Eltern einfach eintragen. Und vielleicht sind wir das nächste Mal bei euch in der Schule.